Folge 7, ein Radiobeitrag lässt Frankys Kinnlade runterfallen. Sowohl Jens Wetterstein als auch Alice tanzen Frankie auf der Nase herum. Da wird es ihm zu viel und er beschließt sich erst einmal ein schönes Wochenende in Frankfurt mit der Marlene Mintrop zu machen. Mit ihr ist es zwar auch nicht immer leicht, aber sie macht ihm abends um 23 Uhr noch einen Eiskaffee und in dieser entspannten Situation kann Frankie in Ruhe überlegen, wie er weiter in dem Fall vorgeht. Ausgeschlafen setzt sich Frankie in seinen Admiral und will gerade in Frankfurt weitermachen, als er im Radio hört, dass ein Auftraggeber, der Bahnchef Mauke, verhaftet wurde. Mauke selbst soll der Maulwurf im Deutschen Bahnvorstand sein. Das ändert natürlich alles.